Musik Servus Leute und herzlich willkommen zu meiner allerersten Runde Call of Duty Advanced Warfare Ähm, ja ich hab jetzt die, gerade wie ihr sehen könnt, die BAL 27 ausgewählt Weil so mit den Waffen kenne ich mich ja noch nicht aus, darum habe ich einfach mal die gewählt Die sah mir echt sympathisch aus, also nehmen wir die mal mit Ja, meine goldene AK-12 für die Day-One-Gedöns-Spiele und so Eigentlich vergessen, die musste ich mir noch ausrüsten Ähm, so, wir spielen hier jetzt gerade auf der Map, äh, Comeback heißt die glaube ich So, und, kriege ich ihn, okay, das ging schon mal daneben So, und, boom Yo, mein erster Kill in Advanced Warfare So, okay, hier, bisschen Doppelspringen Und erstmal vollkassieren, okay So Ja, so, das Spiel sieht schon mal Recht gut aus an sich Alter, dieses Doppelspringen ist richtig geil Und auch so mit diesem Vor- und Zurückdashen, ey, das ist richtig cool Kann man nichts gegen sagen, das hat Style So, der Granate, vor der hauen wir einfach mal kurz ab So Ist der noch da? Ne, okay Ah, da unten, da unten, da unten, da unten Okay So, und Das ist, okay Na gut, jetzt hier Okay, got him Nice one Und kriegen wir ihn auch noch, kriegen wir ihn auch noch Got him Ja man, nice So, na, okay, wir sind gerade als Rang 2 aufgestiegen Passt, würde ich sagen Und sonst soll das Spiel, sieht wie gesagt, echt gut aus So, die Killtime ist auch vollkommen Okay Also wie gesagt, kann man sich, oder ich kann mich bis jetzt noch nicht beschweren Ähm Genau, so, hier erstmal raus schauen Okay, da ist keiner Dann Okay, das Das war meine Granate Die hat zwar jetzt nicht viel geholfen, aber Jetzt weiß ich auch auf jeden Fall, auf welcher Taste die Granate schon mal ist So Dann schauen wir mal hier weiter Ah, 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 wo ist er? Hm Laufen wir lieber mal außen rum Und gucken, ob wir den hier noch erwischen Ah, hoch da So Okay, da ist keiner mehr So Da unten Und Got him Nice So Wie gesagt, also mit diesen Wo waren er jetzt? Ach, hinter mir Schade Ne, wie gesagt, mit diesen Exoskeletten und so Ey, das ist so cool, wenn man da rumspringen kann und alles Also Das ist was richtig Geiles, was ich da habe einfallen lassen Okay, da am Fenster ist er Und dann Ja, got him So Granate mal nach da unten gefördert Vielleicht töte ich wen Ne Äh, wo ist er, wo ist er? Da, okay So, Aufstieg Rang 3 Passt, würde ich sagen Sonst so Framerate ist halt leider bei 91 Frames Ähm Okay, ja, 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 ja Nice So, Drohne bereit Hey, wenn das Wenn das nicht mal Geil ist Meine erste Drohne Und ihr seid live dabei So, hier Ja, got him Nice one Blutrunstig Rang 4 Okay So, oh, hinter mir, hinter mir Wo ist er da? Da springt er, springt er Okay, wir sind dann Na, schade Okay, der war jetzt hinter mir So wie es aussieht Äh, Hilfe verklickt So Ähm Scheiße Ja, gleich nochmal down So Ne, wo ich gerade ja genau Das Spiel hat ja Ähm Eine Frame Anzahl Also man kann nicht mehr als 90 Frames die Sekunde Oder Bilder pro Sekunde haben Ja, nice one So Ähm Ja, finde ich halt Bisschen schade Aber Naja Ist jetzt auch nicht so schlimm Ich meine, also Ding Ich spiele Ich habe mein Spielsmal auf Ähm Hochgestellt Also Ich habe die höchsten Einstellungen gewählt 91 Frames Also Passt alles, würde ich sagen Sarang 5 Kriegen wir Kriegen wir Oh, ist es Uh Na, einfach ein bisschen reingeschossen Okay, da geht es schon mal nicht raus Abhauen Kann mir hier nicht Da steht doch einer Und, und, und Okay Hm Nicht bekommen Nochmal schauen Ja, okay Nice Nochmal Blut drin Stick Das habe ich denn jetzt Eigentlich eine Drohne und ein Geschütz Okay Gleich mal gucken Auf dem Dach war noch einer Okay An dem Aim darf ich noch ein bisschen fallen Wenn sie springen Wo ist er Wo ist er jetzt hin Ähm Bin ich jetzt blöd Wo ist er jetzt hin Ach, da, da, da Ah, shit Okay Uh, dann hat er mich Also wie gesagt Das Spiel sieht echt richtig geil aus Auch mit den Exoskeletten und so Also Sieht schon cool aus Okay, hier stellen wir unser Geschütz auf Mal schauen, ob es so ist wie in Black Ops 2 So Dann Drohne natürlich auch noch raus Da oben ist einer Okay, der hat Den Abgang gemacht Die kleine Arschlocke So Hier mal drüber Jeder hier auf die Mauer Also die Map kommt mir auch echt klein vor Muss ich sagen Aber so vom Spielfluss her Find ich's wirklich geil Also Ich bin ja mal gespannt Was es dann da noch so für andere Maps gibt und so Ähm Ich lade jetzt dann auch noch paar weitere Videos hoch mit Mirko Also Der war da auch in der Runde drin Der Aber dann bin ich auf dem TeamSpeak Und ja Da kommen noch ein oder zwei Advanced Warfare Videos bestimmt raus Oder auch mehr Je nachdem was meine Abonnenten halt wollen Und auch so Play for free Bring ich natürlich auch noch Also so ist es ja nicht Aber sonst so Okay Texas Jenny hat den letzten Abschuss und Ja Rang 6 14 zu 7 Meine allererste Runde Würde ich sagen Kann man sich nicht beschweren Und ja Ich hoffe dass ihr euch auch nicht beschweren könnt Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal Also bis dann Ciao